Passion TV, das neue Fernsehen. Was machst du denn? Ja, du mal. Herzlich willkommen zum NSC Das... Schön. Ahoi. Ja, meinst du halt. Nee, grüß Gott. Aber ich hab die Zettel nicht. Ah. Guck mal, die Haare schön. Ja. Nee, die Glocken, das geht ja gar nicht. Nee, ich mach das schon. Nee, du machst das immer so platt. Das ist ja der Sinn der Sache, dass es glatt ist. Ahoi. Heute starten wir gleich mit einer... Oh, ich kann auch nicht mehr. Drei Stunden, vier Stunden, zehn Stunden. Heute starten wir gleich mit einer Sensation. Müssen wir das dann wöchentlich machen? Das machen wir ja schon wöchentlich. Wir machen das doch wöchentlich. Also nochmal. Das müssen wir rausschneiden. Heute starten wir gleich mit einer Sensation. Ja, das ist das Zeichen. Ach so. Ach so. Ja, du gehst ja gar nicht. Und dann sag ich... Nein, ich will nochmal. Dann die Geschichte dann noch schießen lassen. Ich will nochmal. Ja, mach doch mal. Okay. Ähm. Ja, also ich spreche jetzt einmal ganz durch. Und dann sagst du super. Und dann sag ich, ich will aber nochmal. Mal? Nee. Aber mach das aber nicht platt. Nee, okay. Ich mach das nicht platt, sondern ich schieb das quasi wieder rein. Wahrscheinlich ist es schon. Ich will aber auch mal irgendwie ein Spiel gebrauchen, dass ich mich immer da so sehe. Wäre auch nicht schlecht. Aber soll ich jetzt ganz durchsprechen? Und das ohne Fehler oder was? Ja, aber...